Das Wochenende ist rum und die neue Woche hat angefangen. Umso schöner ist es natürlich auf den Markt zu gucken mit der erfreulichen Erwartungshaltung, dass der Markt vielleicht ja doch noch eine Chance hat, nach oben zu gehen. Und beim DAX sehe ich das sogar ganz gut als eine Chance an. Zumindest mal das, was sich hier gerade abzeichnet, gefällt mir ausgezeichnet. Wir haben hier den DAX Future und ich will mal zuerst, bevor wir hier im Hardcore-Intraday-Bereich gucken, mal den 4-Stunden-Chart angucken. Schaut euch das mal an. Das ist das Tief. Ich gehe noch mal ganz kurz raus. Das ist dieses Tief, was wir hier hatten im Juli. Das im Anschluss quasi etwas tiefer als das, was wir im März hatten hier. Also eine relevante Marke. Und die alles entscheidende Frage, sind wir von dort dynamisch, bullisch, stark auf dem Weg nach oben? Und wenn ich mir diese Bewegung angucke, ich male sie mal mit dem Stift so ein bisschen nach. Wir gingen hoch, dann ging es hier mal runter, dann ging es wieder hoch, dann ging es auch hier mal runter und dann geht es wieder hier hoch. Und ihr erinnert euch, dass ich doch so häufig sage, die starke Bewegungsrichtung ist häufig irgendwie so etwas Fünffälliges. Das muss nicht immer so klar und deutlich sein, aber irgendwie so etwas. Und die Korrekturen, die beiden, die sind voneinander getrennt. Und dieses Tief ist deutlich höher als das Hoch. Wir können also sagen, diese Bedingungen haben wir hier erfüllt. Wir haben eigentlich eine hervorragende Bedingung, die dafür spreche, dass wir aufwärts in einer starken Dynamik sind. Und das ist verheißungsvoll. Insbesondere, wenn die nächste Bewegung korrektiv ist. Korrektiv ist, ihr erinnert euch, sehr gerne dreiwellig. Also, vielleicht sind wir hier gerade in der ersten unterwegs. Vielleicht kriegen wir jetzt hier irgendwie eine Gegenwelle und danach nochmal eine dritte Welle, die C-Welle sozusagen hier runter. Dann hätten wir sogar beste Voraussetzungen über dem Zwischenhoch. Nicht über diesem Hoch, sondern über diesen Zwischenhoch, dass wir vielleicht eine Long-Situation starten können. Also vorsichtig, noch nicht unbedingt Long gehen, denn diese Abwärtsbewegung ist mir persönlich aktuell noch zu einwellig. Aber sie deutet sich an, dass sich das vielleicht noch in der Dreiwelligkeit ergibt. Und dann hätten wir Impuls nach oben, ABC-Korrekturen nach unten und beste Voraussetzungen nach oben. Wie weit darf der jetzt hier runtergehen, dass das alles noch safe ist? Auch dafür gibt es so einen Richtwert aus der Statistik. Einfach so eine Größenordnung. Nämlich, ihr erinnert euch, ich male häufig so Kisten dran. 38, 20 bis 61, 8. Irgendwie sowas in der Richtung. Man kann das Ganze auch nochmal so ein bisschen zeitlich versuchen zu begreifen. Idealerweise eher auf der rechten Seite von dieser schrägen Linie. Also ich sage jetzt mal ganz grob, irgendwo hier jetzt in der Ecke wäre das Ziel. Wir sind schon tief genug gelaufen von der Höhe. Aber wie gesagt, der Teil, was ich hier jetzt gehabt habe, ist nicht Korrektiv. Denn Korrektiv ist vorrangig ABC runter oder von mir aus auch irgendwie sowas. Aber von mir aus auch noch irgendwie sowas. Aber all das haben wir hier nicht. Wir haben relativ einwellig. Das heißt, da sind wir noch nicht Korrektiv unterwegs. Das Schicke ist, dass wir diese Verhaltensmuster natürlich auch so schnell dann eben einen Einstieg kriegen. Bei der ist es schwieriger. Bei der Seitwärtskorrektur, das lassen wir mal gedanklich im Moment weg. Aber beste Voraussetzung also, dass wir in den nächsten mehreren Stunden, also vielleicht nicht unbedingt heute, vielleicht sogar erst morgen übermorgen, noch mal in diese Kiste reinlaufen, idealerweise über diesen Umweg, damit wir diese Dreiwelligkeit haben. Dann haben wir die starke Aufwärtsbewegung. Hätten wir den Trigger hier für die Oberseite und die Fortsetzung nach oben. Ihr seht, der DAX macht es also vor. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt auch im Kleinen hier könnte man sagen, okay, dann sind wir doch vielleicht jetzt mal gucken, was das jetzt wird, ob das so aussehen wird. Das ist eine Variante. Vielleicht geht auch jetzt direkt runter. Auch dann wäre das ja dreiwellig und wir hätten da den Entry. Also von der Seite aus, dieses Bild ist ganz gut unterstützt aktuell. Gute Nachrichten also von der Seite. Was bedeutet das jetzt für heute Nachmittag? Da bin ich mir beim DAX ehrlich gesagt noch nicht so richtig sicher, denn das ist, was wir hier haben, eine Abwärtsbewegung mit vielen Korrekturmustern. Also ich würde da eher sogar sagen, vielleicht doch noch mal einmal das und danach hier runter. Also da bin ich mir da noch nicht ganz sicher. Also für den heutigen Nachmittag finde ich den Fünf-Minuten-Chart da noch nicht so sehr aussagekräftig. Gucken wir mal auf den Amerikaner. Vielleicht ist es da ein bisschen deutlicher. Und tatsächlich haben wir hier ja zumindest relativ deutlich hier die Abwärtsseite nach unten. Also wenn man hier im Fünf-Minuten-Chart mal so ein bisschen schaut, diese Abwärtsseite ist ja schon sehr deutlich. Und das, was wir hier jetzt an Aufwärtsbewegung haben, ich weiß es nicht. Also es würde auch hier wohl einiges dafür sprechen, dass der Kurs noch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Die ganz Hardcore-mäßigen sehen allerdings jetzt in diesem Moment, ist das ein Short-Signal? Die letzte Bewegung von hier nach da war relativ stark, diese Abwärtsbewegung aber sehr einseitig. Also da kann man im Moment aus meiner Sicht nicht wirklich was draus machen. Also ich würde eher sagen, die Abwärtsseite vielleicht ist noch mal interessant, wenn wir so ungefähr diese Tiefs bei ungefähr 31.090, so Pi mal Daumen in etwa ein paar 90 hier, guckt mal euch die Tiefs an, 11. Juli 14.30. Also das wären vielleicht so ein paar Orientierungspunkte, um dann noch mal so ein Zwischenschorti mitzunehmen. Das ist beim S&P 500 nicht so deutlich, wenn ich ehrlich bin. Man hat eher den Eindruck, okay, diese Abwärtsseite, da muss noch mal irgendwann das. Also ihr seht schon, ich brauche irgendwie noch diesen Anstieg. Das ist beim S&P natürlich auch nicht anders wie beim DAX. Also quasi das Pandor zu dieser und dieser wackeligen Abwärtsbewegung, zur Fortsetzung. Hier haben wir stark abwärts, wackelig nach oben, nach unten. Also ich muss sagen, die gröbere, die größere Orientierung ist durchaus nach oben gerichtet. Im Letzten, was wir jetzt hier haben, würde mich aber das nicht wundern, wenn wir noch mal einmal runtergehen. Für die ganz kurzfristigen bedeutet das aber vielleicht sogar noch mal ein paar Zwischenlongs. Das sehe ich hier allerdings im Augenblick. Für die, die jetzt heute Nachmittag eigentlich drauf gehofft haben, Mensch Rüdiger, sag mal eben, soll ich die nächsten zwei Stunden Long gehen oder Short? Das sieht für mich eher noch korrekt. Ich würde sogar eher die Short-Seite noch bevorzugen, auch wenn das jetzt keine gute Trading-Situation ist. Zumindest mal nach meinem Gusto. Beim Nasdaq ist das Bild natürlich im Wesentlichen auch so. Ihr seht hier, wenn das wackelig nach oben geht, ihr seht hier noch mal so diese starke, auch hier so halbwegs fünffällige Bewegung hier, was das angeht. Das, was ich hier jetzt positiv noch anmerken kann, ist, naja, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, Gegenbewegungen hier und die sind überschneidend. Diese Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, ist auch überschneidend, also auch wieder korrektiv. Also vorläufig eher noch abwärts, finde ich einfach besser im kürzerfristigen Bereich. Also daran seht ihr, dass man genau hingucken muss, auf welcher Zeitebene man argumentiert. Ich werde häufig immer nur einseitig gefragt, sag mal eben, geht es hoch oder runter? Ja, das hängt aber davon ab, welchem Zeitrahmen mich tatsächlich interessiert. Der DAX war relativ offensichtlich, spult notfalls noch mal zurück, was die Aufwärtsseite angeht, nachdem wir diese Korrektur jetzt noch bekommen müssen. Und die geht ja noch mal eben nach unten. Hier muss ich sagen, das ist mir alles zu Kraut und Rüben, weil das ist überschneidend hier noch mal, der allerdings nicht, allerdings der sieht auch wieder überschneidend wackelig aus. Also da ist die Festlegung noch nicht gegeben. Trotz alledem, auch hier sehe ich zumindest mal die Chance, die Marke solltet ihr im Auge behalten, dass wir noch mal die 12.520, hier 30 sogar, noch mal erreichen. Da denke ich mal in diesem Umfeld hier, ich zeige noch mal das einmal in groß, könnt ihr es vielleicht etwas besser erkennen, da wären noch eine ganze Reihe von Widerständen. Da wird dann entschieden, ist nicht gesagt, dass der Kurs da dreht. Bitte nicht jetzt fälschlich davon ausgehen, da geht er hin, ganz sicher, und dann dreht er, ganz sicher. Ja, nee, aber hier werden Marktteilnehmer, wenn der Kurs da hinkommt, auf jeden Fall genauer hingucken, ob der Markt stärker hat, sprich weiterhin dynamisch nach oben und nur wackelig runter, oder ob es dann eben umgekehrt ist, dass der Markt dann auf einmal anfängt, wieder steil runter zu gehen und nur noch wackelig nach oben. Soweit das aktuelle Bild. Aktuell gefällt mir fast der DAX noch mit am besten. Wer sich jetzt wundert und sagt, na ja, der DAX kann doch nicht ohne die Amerikaner, vergleicht notfalls das Bild noch mal der letzten Monate und dann werdet ihr feststellen, dass der deutsche Aktienmarkt nicht identisch läuft wie der amerikanische. Also es ist ohne weiteres denkbar, dass hier auch in den nächsten Wochen noch mal ein Abweichen der Märkte, die Bewegungsrichtung bestimmt. Und die scheint beim DAX nach dieser abgeschlossenen Korrektur dann wohl erst nach oben zu gehen. So, in diesem Sinne, im Kürzerfristigen bin ich unzufrieden, weil ich euch da nicht wirklich was sagen kann. Auf der anderen Seite ist doch gut so, wenn der Markt sagt, ich weiß nicht so genau, dann mache ich da auch an der Stelle jetzt zumindest mal nicht. Mit diesen Eindrücken von hier wünsche ich euch jetzt aber heute erstmal alles Gute. Toi, toi, toi. Und vielleicht zwischendurch mal wieder eine starke Bewegung. Vielleicht geht der noch mal einmal hoch, dann hätte man hier das Zwischentief an der Stelle. Es ist immer das Gleiche. Denkt immer dran, sowas ist korrektiv, dann habt ihr die entsprechenden Entscheidungsmarken da, wenn dann solche Zwischentiefs entsprechend gebrochen werden. Vielleicht ist das etwas, was ihr für den Nachmittag noch mal im Auge behalten könnt. In diesem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße.